Hallo und herzlich willkommen zu unserer Einführungsveranstaltung Rechnerarchitektur. Die Rechnerarchitektur beschäftigt sich, mal ganz grob gesagt, mit all dem, was wir anfassen können, was also tatsächlich die Berechnungen ausführt, unsere Computer, Handys, wo auch immer sie eingesetzt werden. Der Kurs selbst, wie man sieht, ist ein Teil von einer ganzen Menge an Veranstaltungen aus dem Bereich der technischen Informatik. Sie befinden sich jetzt ganz da unten beim Einstieg in die Rechnerarchitektur. Wir werden da verschiedene Themen behandeln. Wie sieht ein Prozessor aus? Wie arbeitet ein heutiger Prozessor überhaupt? Wie können wir die Rechner beschleunigen? Das werde ich alles Schritt für Schritt einführen. Genauso haben wir Einführungsveranstaltungen für Betriebssysteme für Rechnernetze. Zusammengefasst bilden Sie das Modul Rechnerarchitektur, Betriebssysteme und Rechnernetze. Im Wintersemester immer die Rechnerarchitektur, im Sommersemester Betriebssysteme und Rechnernetze. Wir haben weiterhin Veranstaltungen aus dem Bachelorbereich, die die ganze Thematik abrunden. Also praktische Veranstaltungen, ein Labor, in dem man einfach mal mit dem System etwas programmieren kann, umgehen kann, wirklich sehen kann, was passiert, beispielsweise in einem Mobiltelefon. Wie wird dort gerechnet? Wie wird gesendet? Wie wird vernetzt? Wie arbeitet dort ein Betriebssystem? Wir haben weitere Veranstaltungen, die die Grundlagen legen. Ja, was rechnet eigentlich letztendlich? Wo ist die Verbindung rüber in die Physik? Was heißt das überhaupt, wenn wir hier über Algebra sprechen, über Schaltkreise, Schaltnetze, Schaltwerke? Was ist das? Und hier in hellgelb gezeigt, verschiedene Masterveranstaltungen, wie dann Telematik, in denen wir dann vertieft auf Rechnernetze eingehen. Dort kommen wirklich die aktuellen Themen zur Sprache, wohingegen die Einführungsveranstaltungen eher sozusagen die Grundlage schaffen. Weiterhin haben wir diverse Veranstaltungen in Richtung Mobilkommunikation, eingebettete Systeme, Internet der Dinge, auch aus dem Bereich der Sicherheit, Modellierung, verschiedene Software, Hardware, Praktika, in denen man dann tatsächlich mal ein größeres System rangeht, selbst etwas implementiert, Teamarbeit übt, Projektmanagement etc. Hier jetzt erstmal der Einstieg für Sie alle in den Bereich der technischen Informatik, Rechnerarchitektur. Was ist der Inhalt? Na, zuerst werde ich natürlich alles motivieren. Wie hat das alles angefangen? So ein bisschen über die Historie. Wie strukturieren wir die Rechner? Was ist das eigentlich, mit dem wir hier umgehen wollen? Einfach ein paar Beispiele. Und bevor ich dann loslege, zu zeigen, wie wird intern gerechnet, müssen wir natürlich wissen, naja, mit was rechnet der Rechner eigentlich? Es sind Zahlen. Das ist allgemein bekannt. Einsen und Nullen. Schön, aber wir Menschen arbeiten nicht mit Einsen und Nullen. Das heißt, wir müssen wissen, wie wandeln wir von unseren Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 17.843, um in Zahlen, die der Rechner darstellen kann. Wie addiert ein Rechner, wie subtrahiert ein Rechner etc. Danach wissen wir also, wie ein Rechner rechnet und wissen vor allem, dass der Rechner eigentlich immer irgendwie falsch rechnet. Was machen wir da? Da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Und dann geht es los mit der sogenannten Mikroarchitektur. Das heißt, wie ist der Prozessor grundlegend im Inneren aufgebaut? Da gibt es verschiedene Techniken, wie man den Rechner beschleunigen kann. Wir werden also kennenlernen, was bremst den Rechner aus, was macht den Rechner schneller. Danach werde ich auf die Programmierung eingehen, und zwar ganz, ganz unten, wie wir sagen. Das heißt, wirklich die Befehle, die ein Prozessor an seinen Pins sozusagen entgegennimmt. Instruction Set Architecture. Das sind auch dann die Dinge, die Sie in den Übungen praktisch einmal ausprobieren können. Und schließlich werde ich vertieft auf Speicher eingehen, denn Speicher ist essentiell, wenn es um die Leistungsfähigkeit von Rechnern geht. Wie sieht es aus? Was ist denn physikalischer? Was ist ein virtueller Speicher? Wie kann ich eigentlich einem Programm einen sehr großen Speicher vorgaukeln? Was ist, wenn ein Programm 10 GB möchte, ich habe aber nur 4 GB eingebaut? Was mache ich da? Diese ganzen Aktivitäten werden wir begleiten durch Programmieraufgaben in Assembler. Das ist ein Teil der Übungen. Das werden Sie im Rahmen der Übungsaufgaben immer wieder kleine Aufgaben sehen, indem Sie gewisse Dinge einfach mal ausprobieren sollen, und zwar in der Sprache, die der Prozessor, also der Rechner, eigentlich nur versteht. Alles, was Sie vielleicht kennen, sogenannte Hochsprachen, sei es Java oder Haskell, C Sharp, was auch immer, das sind Sprachen, die versteht der Prozessor nicht. Das muss umgesetzt werden, von einem Compiler, einem Interpreter, in eine Sprache, die der Prozessor versteht. Und genau mit der Sprache setzen wir uns etwas auseinander. Grundlegend erstmal natürlich die Frage, die Sie sich stellen können, naja, Rechnerarchitektur beschäftigt sich mit Hardware. Haben Sie schon mal selbst einen Rechner auseinandergebaut? Sollen Sie mal machen. Einfach mal aufmachen, vielleicht nicht gerade in allerneuesten, vielleicht nicht gerade beim aktuellen Handy, aber vielleicht mal beim alten System, einfach mal auseinanderbauen. Und dann werden Sie sehen, vielleicht Unterschiede, je nachdem aus was besteht so eine Kiste. Ja, wir haben natürlich so ganz traditionelle Systeme, die man vielleicht irgendwie auseinandernehmen kann, wo man sagen kann, naja gut, da gibt es noch Komponenten, die ich vielleicht erkenne. Also irgendwelche Schaltungen, die hier eingebaut sind. Früher hatte man tatsächlich auch noch Medien, wenn Sie bei alten Rechnern sehen, CDs, DVDs, wird mehr und mehr abgelöst. Große Monitore, das sind so die klassischen Systeme, mit denen der Rechner Einzug gehalten hat. Bei vielen Leuten zu Hause auf dem Schreibtisch. Heute natürlich von Spielkonsolen, über vorrangig natürlich Mobiltelefone, bis hin, und das ist der größte Teil aller Rechner, sogenannte eingebettete Systeme. Eingebettete Systeme, Kleinstrechner, die den Fahrstuhl steuern, die Rolltreppe, irgendwelche Flügelklappen bei Flugzeugen, Temperaturüberwachung in Motoren. Also jedes Flugzeug, jedes Auto hat hunderte, manchmal tausende von Rechnern, Gebäudesteuerungssysteme. Das ist die Mehrzahl von allen Rechnern. Das sind nicht die Handys, das ist nicht der Laptop, nicht das Tablet, das sind die eingebetteten Systeme. Haben Sie schon mal vielleicht selber einen Rechner zusammengebaut oder vielleicht Teile davon? Haben Sie schon mal programmiert? Vielleicht unterschiedliche Sprachen? Sind Sie schon mal ein bisschen tiefer abgetaucht von den Sprachen, die weiter oben sind? JavaScript beispielsweise, in Sprachen, die ein bisschen weiter unten sind, sowas wie C, oder noch tiefer abgetaucht, dann Assembler. Haben Sie da schon Erfahrung? Falls ja, prima, falls nein, gar kein Problem. Wir werden schrittweise immer tiefer absteigen in Richtung der Systeme. Gut, was werden wir also behandeln? Naja, die Hardware, die Programmierung, die Probleme von Rechnern. Warum machen wir das? Der Punkt ist nicht, dass Sie hinterher automatisch einen Rechner im Schlaf zusammenbauen können sollten. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Gut, aber Sie sollten zumindest die grundlegenden Komponenten eines Rechners kennen. Warum? Wenn Sie wissen, wie ein Rechner beispielsweise Texte, Audio, Video, wie auch immer, abspeichert, wie ein Programm ausgeführt wird, wenn Sie ein gewisses Grundverständnis haben, dann wissen Sie auch, wie Sie Programme zum Beispiel schneller machen können, effizientere Algorithmen schreiben, energiesparende Algorithmen, extrem wichtig. Überlegen Sie mal, Sie haben einen kleinen Sensor in der Umwelt, der misst etwas und wird durch Solarzellen betrieben. Ja, da können Sie nicht irgendwelche Schleifen permanent laufen lassen, die einfach nur Energie verbrauchen, sprich, das Gerät aufheizen. Was anders macht ein Computer denn nicht? Da wandelt ja die gespeicherte Energie aus dem Akku einfach in Wärme um. Okay, er rechnet auch noch ein bisschen. Das heißt, Sie sollten verstehen, wie ein Rechner funktioniert, damit Sie auch hinterher merken, aha, da klappt irgendwas nicht. Da, hm, woran könnte es denn liegen? Vielleicht, vielleicht liegt es ja genau daran, wie der Rechner intern rechnet. Und dass das dramatische Auswirkungen haben kann, das haben schon sehr viele gemerkt. Das ist ein kleiner Fehler, auf den ich später noch eingehen werde, nämlich, einfach bei einer Addition hat dazu geführt, dass eine große, Millionen Euro teure Ariane-Rakete schlichtweg explodiert ist. Die hat zu stark beschleunigt, dann muss man sich sprengen während des Startvorgangs. Das war einfach nur ein vermeidbarer Fehler, weil man nicht richtig letztendlich addiert hat, einen Überlauf erzeugt hat. Das heißt, es hat ganz konkrete Auswirkungen, wenn man ganz unten, ganz tief drin im Rechner gewisse Eigenschaften nicht versteht. Das heißt, am Ende des Kurses sollten Sie nicht nur die Komponenten kennen, Sie sollten wissen, wie arbeitet der Rechner, wo können Probleme entstehen, was muss ich bei der Programmierung beachten. Deswegen lassen wir Sie kleine Sample-Programme schreiben, ein bisschen ein Verständnis dazu erwerben, wie addiert, subtrahiert, etc. ein Rechner. Dann verstehen Sie den Rechner besser, verstehen auch besser, wie werden gewisse Sprachkonstrukte einer höheren Programmiersprache umgesetzt in das, was der Rechner versteht. Natürlich sollen Sie hinterher vielleicht auch ein bisschen besser programmieren können. Klar. Wenn Sie auf der rechten Seite mal anschauen, das alles sind Rechner. Hier oben, das ist sozusagen so ein Teil aus einem Mobiltelefon. Das sind verschiedene Komponenten drin. So sehen heutige Rechner aus. Da hat man ganz viele verschiedene Prozessoren, Speicher, Teilkomponenten, die sich vielleicht um die Satellitenortung kümmern, um die Mobilkommunikation kümmern, den ganzen Funk machen, die Grafik beschleunigen, damit ihr Spiel schneller läuft, etc. Und natürlich haben wir auch ganz klassische Rechner. Hier unten rechts gezeigt, da gibt es so eine Schnittstelle, da kommt dann der Prozessor tatsächlich rein, da kommen irgendwo die Speicher rein. Wenn wir also ein bisschen behandeln, Erweiterungen von einem Rechner, das ist so eine traditionelle Architektur eines Rechners. Also dafür sollen Sie ein Verständnis bekommen. Das ist die Grundidee des Einführungskurses. Natürlich sind wir hier nicht allein mit den Unterlagen. Sie finden vielfältige Literatur. Das ist wirklich eine Einführungsveranstaltung. Das heißt, hier gibt es sehr viele Einführungsbücher. In allen möglichen Sprachen. Hier so ein paar Klassiker ausgewählt. Tannenbaum, Hennessy Patterson, das sind so Grundlagenbücher, Deutsch, Englisch, alle anderen Sprachen. Die werden weltweit als Grundlagen genommen. Das heißt, Sie finden ähnliche Kurse in allen möglichen Universitäten angeboten, die erstmal so ein Grundverständnis dafür wecken, wie funktioniert überhaupt ein Rechner. Ganz konkret, wie organisieren wir die Veranstaltung? Sie werden für die Veranstaltung immer rechtzeitig, bevor wir auf die Themen eingehen, die entsprechende Vorlesung online finden. Das heißt, die Folien werde ich als Vorlesung bereits erläutern, als Video ablegen und die Bitte ist, dass Sie entsprechend, bevor wir die Inhalte behandeln, sich diese Videos anschauen. Diese Videos können Sie beliebig anhalten, beliebig oft anschauen, Sie können Folien genau zu Inhalten springen. Die Videos bestehen immer aus kleinen Häppchen. Jedes dieser kleinen Häppchen, 10-15 Minuten, wird mit Fragen abgeschlossen. Ich werde immer entsprechend im Internet schreiben, welche Inhalte wir wann behandeln. Sie schauen sich die Videos an und überlegen sich Antworten auf die Fragen. In der eigentlichen Vorlesung werde ich auf die Fragen eingehen. Deswegen Questions and Answers Q&A Sessions. Das heißt, ich werde noch einmal kurz die Inhalte zusammenfassen, nicht noch einmal die Vorlesung halten, sondern die Inhalte zusammenfassen und dann auf die Fragen eingehen, auf Ihre Fragen eingehen, Antworten geben. Sie sollen aktiv auch Fragen beantworten. Wir werden die Thematik diskutieren. Das wird immer freitags 8.30 bis 10.00 Uhr stattfinden als sozusagen virtueller Hörsaal. Die ganzen Einladungen, technischen Daten folgen. Das Ganze folgt dem Inverted oder Flipped Classroom Prinzip. Das heißt, Sie schauen sich zuerst die Inhalte an. Wir diskutieren dann alle offenen Fragen. Das ist also wesentlich. Parallel dazu werden wir die Tutorien, soweit es die Situation zulässt, als Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. Sollte auch das nicht mehr möglich sein, würden auch die Tutorien als Online Tutorien stattfinden. Die Vorlesung wird also nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Sie können mich jederzeit erreichen, per E-Mail oder indem Sie schlichtweg in meinem virtuellen Büro vorbeischauen. Das ist gar kein Problem, ich bekomme eine Benachrichtigung und dann können Sie direkt mit mir sprechen, mit oder ohne Video, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, alle Ankündigungen erfolgen über unser zentrales System. Da werden Sie also entsprechend informiert, da stehen alle Links. Die Tutorieneinteilung sind also gewisse Gruppen, die Zeiten hängen dann von der Gruppe ab, da auch das findet sich dann alles im Online-System. Das heißt also, Sie werden mit uns genügend Kontaktmöglichkeiten haben, physische Kontakte nur in den Tutorien, dann noch einmal aufgeteilt in Kleingruppen so, dass wir genügend Platz für alle haben. Parallel zu dieser Inverted Classroom Vorlesung, zu den ganzen Fragen-Antworten-Sitzungen immer Freitag morgens und den Tutorien bekommen Sie Aufgaben. Jede Woche bekommen Sie ein neues Übungsblatt. Diese werden diskutiert in den Tutorien. Sie haben bestimmte praktische Aufgaben, die können Sie zu Hause machen, die können Sie entsprechend im Labor machen, die sollte auf allen Plattformen laufen, das jetzt unabhängig vom Rechner, den man dann tatsächlich hat, das werden die Tutoren Ihnen weiter noch erläutern. Ganz wichtig ist, die Lösung elektronisch abgeben, bitte rechtzeitig. Komplett elektronischer Workflow, wir wollen kein Papier, nichts in der Richtung, sonst wird alles elektronisch gemacht, wer zu spät kommt, das ist Pech. Wir wollen also, dass Sie regelmäßig etwas machen. Der Hintergrund ist ganz einfach, ja, Universität, große Freiheit, ich kann kommen, gehen, wann ich will, die Erfahrung zeigt nur, dass ein, was wir mal Bulimie nennen, also kurz vor der Klausur sich versuchen, alles anzueignen, wird nicht funktionieren. Sie haben, für die meisten von Ihnen, nach der Prüfungsordnung eine sogenannte Modulprüfung am Ende der beiden Veranstaltungen Rechnerarchitektur und Betriebs- und Kommunikationssysteme und haben dann Stoff von zwei Semestern. Das ist eine ganze Menge, das ist nicht schwer, aber das ist viel. Das heißt, Sie können nicht einfach ganz am Schluss mal schnell alles sich anschauen. Das sind nicht nur viele, viele Stunden Videos, das sind auch hunderte von Folien, dutzende verschiedener Konzepte. Das klappt nicht. Das heißt, wir werden entsprechend Übungsblätter verteilen, die werden immer regelmäßig bereitstehen nach der Q&A-Session, nach unserer Diskussionsrunde freitags und Sie haben dann entsprechend zwei Wochen Zeit, um die Lösung einzureichen. Warum machen wir das so? Wenn Sie also in einer Woche beispielsweise nach der Veranstaltung das Aufgabenblatt haben, dann haben Sie noch genug Zeit, um entsprechend in den Tutorien Fragen zu stellen, das Thema zu beantworten, zu verstehen und dann entsprechend rechtzeitig, also eigentlich vor der Veranstaltung, dann Ihre Lösung abzugeben. und entsprechend werden dann die Themen erneut in den Tutorien die Lösung diskutiert. Das heißt, Sie alle haben genügend Zeit für die Bearbeitung, zwei Wochen, Sie haben garantiert Tutorien in der Zeit, in denen Sie Tutoren fragen können zu den ganzen Themen und danach wird alles nochmal behandelt. Das ist so die Idee, deswegen dieses Überlappende. Das heißt also auch die Übungsaufgaben folgen nicht immer exakt synchron der Vorlesung, da man natürlich manchmal ein bisschen hinten dran ist. Das ist ganz klar. Auch werden Sie praktische Aufgaben bekommen, wo Sie denken, ich habe doch die Programmierkonstrukte, Assembler-Sachen gar nicht in der Vorlesung kennengelernt. Die Vorlesung ist nicht dazu da, dass Sie eine Programmiersprache lernen. Das machen wir sowieso nicht in Vorlesungen, sondern Sie lernen Konzepte, Sie wenden Konzepte an und Sie eignen sich Programmiersprachen im Rahmen der praktischen Übungen und der Tutorien an. In dem Fall Assembler. Okay, natürlich wichtig für alle Studierenden, ja, wann habe ich denn erfolgreich den Kurs bestanden? Wichtig ist, dass Sie sich, und das ist hier deswegen extra in diesem gezackten goldenen Stern drin, registrieren. Sie müssen sich sowohl im Campus Management, unserem zentralen System für die Noten registriert haben, als auch in dem Whiteboard Schräg welcher Studienordnung Sie studieren. Je nach Studienordnung müssen Sie unterschiedlich natürlich sich registrieren. Klassische Bachelor Informatik Studierende müssen sich in Campus Management registrieren für das Modul und die Vorlesung Rechenarchitektur und die Übung Rechenarchitektur. Das heißt drei Registrierungen und im Sommer dann auch zusätzlich für die Vorlesung Betriebs- und Kommunikationssysteme und für die Übung Betriebs- und Kommunikationssysteme. Studierende anderer Fachrichtungen Physik etc. haben natürlich andere Studien Prüfungsordnungen da fragen Sie zur Not im Prüfungsbüro nach. Wichtig ist wir wollen dass Sie aktiv mitmachen aktiv in den Tutorien während meiner Q&A Sessions sollten Sie aktiv mitmachen da sollten Sie dabei sein in Ihrem eigenen Interesse stellen Sie Fragen diskutieren Sie die ganzen Q&A Sessions genauso wie die Vorlesung werden auch wieder online als Video zur Verfügung gestellt ich stelle dabei sicher dass Sie weder irgendwie hörbar sehbar noch sonst was sind sondern nur ich bin hörbar dann haben auch keine Datenschutz Probleme typischerweise machen wir deswegen die Diskussion einfach über den Chat ich wiederhole Ihre Fragen und dann diskutieren wir also aktive Teilnahme Tutorien da müssen Sie mitmachen also N-2 mal bei N-Veranstaltungen das sieht man dann wie das läuft was N wirklich ist sollten Sie dabei sein Live Präsenz oder Online Präsenz je nach Situation wichtig ist auch dass Sie rechtzeitig Ihre Übungsblätter abgeben bitte im Team zweier Teams wichtig im eigenen Interesse versuchen Sie alles zu verstehen wir wollen aber Teamarbeit die können natürlich in größeren Gruppen zusammenarbeiten aber es fällt sehr schnell auf wenn falsche Lösungen abgeschrieben werden etc Sie sollten auch N-2 Übungsblätter erfolgreich einreichen das ist also wichtig wie prüfen wir so ein bisschen nach ob Sie das tatsächlich gemacht haben na sobald Sie etwas korrekt beantwortet haben dann sollten Sie auch in der Lage sein das beispielsweise in einem Tutorium vorzustellen also irgendwann einmal im Lauf des Tutoriums zu sagen ok Sie haben das doch richtig beantwortet erklären Sie doch mal warum ist das so das sind alles so Grundvoraussetzungen für die aktive Teilnahme am Kurs die Tutorien das ist sozusagen der wichtige Teil die Vorlesung Schrägstich Q&A Session ist natürlich sinnvoll damit Sie den Stoff verstehen das ist ganz klar da werden wir jetzt keine Anwesenheitskontrolle machen über 200 sonst wie viele Studierende das was dann zählt für die Note ist dann die Prüfung da brauchen Sie mindestens 50% der erforderlichen Punkte um zu bestehen etc nur die Klausur zählt dann für die Note wann das stattfindet in welcher Form werden wir noch ankündigen vermutlich als Online-Klausur das heißt ein sogenanntes Take-Home-Exam Sie werden einfach zu Hause sitzen oder wo auch immer und dort an der Klausur elektronisch teilnehmen so das heißt das ist im Wesentlichen die Organisation des Ganzen wenn Sie jetzt sagen oh ja also da da will ich noch mehr machen kann man eigentlich noch mehr irgendwie in der Richtung machen das interessiert mich nur gleich sozusagen vorne weg ja klar natürlich wir sind hier nicht nur zur Lehre sondern an der Universität wir forschen ja auch und eine Variante wie Sie da aktiv Schritt für Schritt reinkommen können bei Interesse ist es indem Sie zum Beispiel bei der Entwicklung eines Betriebssystems auf Kleinstcomputern selbst aktiv mitmachen Riot ist das Betriebssystem was unter anderem hier mitentwickelt wird großes Open-Source-Projekt für das Internet der Dinge Betriebssystem das dann gewisse Eigenschaften hat also energiesparend und echtzeitfähig damit man reagieren kann auf Ereignisse und 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 da kann man dann wirklich mal von Grund auf wirklich von der Hardware auf irgendeinem Kleinstprozessor Controller mit bisschen Speicher irgendetwas implementieren irgendwas umsetzen genauso wenn Sie sagen ja die ganze Welt ist böse wie kann ich meine Hardware absichern gegen irgendwelche Schurken die da Mist machen die irgendwas vielleicht meine Bits ändern oder irgendwie reinschauen wollen wir haben genauso Projekte die sich mit sicherer Hardware beschäftigen die also sich da drum drehen wie kann ich Kleinstrechner so bauen dass niemand die manipulieren kann und sobald sie manipuliert werden man das sofort merkt Sie sehen also Rechnerarchitektur ist erst einmal der Einstieg in die ganze Thematik Sie können aber hier Schritt für Schritt alles weitermachen wir werden dann alle die daran interessiert sind entsprechend an die Forschung heranführen soviel also zur Organisation und wie gesagt wir werden alle Themen in Ruhe in den Q&A Sessions diskutieren da haben wir genügend Zeit für alle Ihre Fragen inhaltlicher Natur organisatorischer Natur und wenn Sie spezielle persönliche Fragen haben dann schreiben Sie einfach eine E-Mail Sie sehen also und wie gesagt nicht es